Nein? Gut. Gehen wir es nochmal durch, damit auch wirklich alles klar ist. Gehen wir es hinter uns. Hältst ihm ein! Nimm das! Wieder mit Vorwand! Keine Gnade! Komm schon mal an, steh auf! Klappt ihn euch! Pass auf! Los, keine Gnade! Schränk dich an, dass du einflügelst. Gehen wir es hinter uns! Hier, lass uns helfen. Ich verspreche dir, dass wir ihn! Tag zu! Ja komm, hast du nicht! Auf! Ab! Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammer-Kapazität laufen lassen. Er blöft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein.